Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Arm- und Schulter-Workout. Wir werden natürlich auch den Rumpf mittrainieren, also Bauch- und Rückenmuskulatur. Mach so mit, wie du dich wohlfühlst. Ich habe je Hand 2 Kilo, also hol dir vielleicht auch ein kleines Gewicht. Du kannst auch gefüllte Wasserflaschen dazu nutzen oder 1 Kilo handeln oder 0,5 Kilo oder auch 3 oder 4 Kilo handeln. Also, wie du möchtest und wie es für dich okay ist. Vielleicht benötigst du bei einer Übung eher schwerere Gewichte und bei der anderen eher leichtere. Dann richte dir das rück her, drück auf Pause und dann starten wir mit dem Training. Und wir wollen uns so ein bisschen warm machen, bevor wir jetzt mit der Kräftigung loslegen. Dazu kommst du in eine kleine Grätsche, die Knie zeigen nach außen Richtung Fußspitzen und kreis deine Schultern ganz locker nach hinten. Einfach so ein bisschen die Schultern und Arme aufwärmen. Wichtig ist, wenn du mit Gewicht arbeitest, dass du dein Handgelenk immer in einer Linie mit dem Unterarm hast. Also nicht abknicken, mach nur weiter, sondern immer in einer Linie halten. Und wenn es nicht mehr geht und du merkst, du verspannst dich gerade im Nacken, dann lieber eine Pause einplanen. Das ist völlig okay. Lass die Arme locker und jetzt nimm beide Hände einmal links oben, rechts unten. Öffnen, rechts oben, links unten. Öffnen, links oben, rechts unten. Und das Ganze wirklich locker, hin und her, Schultern, aufwärmen, Schultergürtel. Dann nochmal beide Arme fallen lassen und um den Körper pendeln. Jetzt eine Ferse heben und ganz locker von rechts nach links Ferse anheben und am Körper anklatzen lassen. Ganz langsam zur Mitte einpendeln, die Arme auspendeln lassen. So, so ein bisschen aufgewärmt, Rücken nochmal durchschütteln. Wenn du jetzt Gewichte vom Boden aufhebst, mit geraden Rücken bitte, also Rücken gerade und über deine Beinkraft nach oben heben. Sehr gut. Die Schultern sind tief unten, deine Arme ganz leicht vor dem Körper, also immer schauen, dass sie etwas vorne sind. Ellbogen etwas beugen und jetzt heb deine Arme an. Und stell dir vor, du hast einen riesengroßen Ball in deinen Armen, also leicht rund. Mach mal weiter oder halte. Nicht hier, sondern wenn du nach vorne siehst, ziehst du die Hände im Blickwinkel, ohne dass du schielen musst, oder? Gut, dann ist es richtig. Jetzt langsam wieder tief, nicht ganz zum Oberschenkel. Kurz davor abstoppen und wieder hoch. Etwas über deine Brust, dein Brustbein anheben, über deine Schultern anheben, Handgelenk in einer Linie mit dem Unterarm. So, jetzt bleibe unten und dann ziehst du die Hände vor dem Brustbein hoch. Also hier anheben und wieder zurück und hoch und ab. Auch hier die Hände bis zum Brustbein, die Ellbogen dürfen höher. Seitlicher Anteil deiner Schulter. Und jetzt nochmal zur Seite. Und wir verbinden das Ganze einmal Seite und tief und vorne und tief. Nacken entspannen lassen. Wenn es nicht mehr geht, Pause machen. Ohne Schwung arbeiten. Noch einmal und hoch und entspannen, lösen. Beide Handeln zusammen oder ohne geht immer. Ellbogen an den Körper ran und jetzt nur die Unterarme strecken und beugen. Bauch fest. Das ist der Trizeps. Das sind die Oberarme. Das ist der Trizeps. geht noch, noch einmal und auflösen, kurz entspannen, locker lassen, ruhig mal eine Hand zur Seite legen, beide Hände nach vorne, die Finger kreuzen, Schultern tief und jetzt eine Ferse anheben, dreh das Bein ein, komm zur Mitte und bremst hier ab, Seite, andere Ferse und schrägen Bauchmuskeln, tiefen schrägen, die dein Gewicht abbremsen. Kraftvoll, noch ein bisschen, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und lockern, entspannen, sehr gut, Schultern entspannen, jetzt dreh einen Fuß ein, zur Seite, den anderen auch leicht ein, Becken bleibt parallel zu mir, deine Hüfte schiebt, der Arm schiebt auch nach oben, Schulter tief und jetzt gehst du mit dem Arm, egal wie tief, Richtung Boden und drück dich wieder nach oben, nochmal tief, Bauch fest und hoch, Hüfte schiebt nach links, und lösen, super, gleich die andere Seite, ausdrehen, eindrehen, Becken parallel zu mir, Arm zur Decke strecken, Schulter locker, Hüfte schiebt nach rechts, komm tief und wieder hoch, nochmal. Geht noch, noch zwei Stück, letztes Mal, Seite und entspannen, lockern, zweite Handel wieder dazu holen, Schultern entspannen, Bauch ist fest und jetzt nimmst du deine Arme in den rechten Winkel und bewegst sie nach vorne und wieder zurück, Schulter vorne, der Anteil, vorderer Teil, natürlich Bizeps, möglichst ohne Schwung, Atmen, noch vier, noch drei, noch zwei, ein letzter und kurz lockern, nach unten kommen, auf die Knie, mit oder ohne Handeln, jetzt eine Runde noch für den Trizeps, entweder locker die Arme ruhig aus zwischendurch, auch mit großen Handeln kannst du dich hier abstützen oder deine Hände auf den Boden legen, setz dich zurück, schieb dich jetzt nach vorne, versuch die Ellbogen nah am Körper zu nähen und ausatmend hochdrücken, ein zurück, aus, hoch, genau, entweder Hände am Boden oder mit den Handeln, die erleichtern dir, so ein bisschen die Bewegung, hängt dran, dass du dein Becken mitnimmst und du vor allem nur so tief gehst, dass du auch gut wieder nach oben kommst, noch einmal, zwei Stück noch, letztes Mal noch und entspannt absetzen, ein Handel nach vorne, locker aus, komm auf den Unterarm, nimm die Unterschenkel zurück, dein Unterarm ziehst du gefühlt in deine Richtung, nimm eine Handel mit, drück dich hier nach oben, versuch dein Becken hier zu halten, den Unterarm herziehen ganz fest und der lange Arm, der geht jetzt nach vorne und wieder zurück, spür deine Körpermitte, Oberkörper natürlich, Schultern, noch zwei, letztes Mal, merkst du dann den Bauch, auch wie er mit muss und super wechseln, lockern, sehr gut, andere Seite, gefühlt den Unterarm zu dir ran ziehen, Becken hochheben, halten, die Richtung und sonst müsst du auch einen Unterschied merken zwischen rechts und links, das ist die Rückzeit, noch zwei Stück, noch einen und entspannen, sehr gut, loslassen, auslockern, hinsetzen, eine oder zwei Handeln nehmen, schieb die Fersen in den Boden, Fußspitzen zeigen Richtung Decke, jetzt nimmst du deine Handel, kannst du auch so nehmen, wie du möchtest, lehn dich ein Stück zurück, lass aber dein Brustbein gehoben, der obere Rand kippt und dann drehst du nach rechts und nach links, ausatmen, ausatmen, sich ausfringen in den Bauch, dein Tempo auch hier, immer noch, noch sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen, kurz lösen, alles von vorne, komm nach oben zu mir, am besten nimmst du gleich beide Handeln mit, über deine Beinkraft, lockere dich einen Moment aus und wir beginnen in der Grätsche, Knie sind etwas gebeugt, Bauchnabel sanft nach innen gezogen, bereit, Arme leicht vom Körper weg, aufrichten, seitlich, hoch und vorne hoch, im Wechsel, Schau, Ellbogen dürfen etwas höher als die Schultern, nochmal zurück und Seite und hoch, für noch schönere Schultern, und wenn du möchtest, dann hebst du jetzt deine Fersen leicht vom Boden, ab für die letzten fünf, es darf wackeln, vier, drei, zwei, eine noch, und entspannt, Fersen runter, Arme locker lassen, Trizeps, Ellbogen an den Körper, ganz nah ran, Füße darfst du jetzt etwas hüftschmaler aufstellen, gut, und Strecken beugen, und vielleicht magst du jetzt eine Runde mit abgehobenem Bein machen, und die andere Runde mit dem anderen Bein, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen, Füße abstellen, lösen, entspanne, locker lassen, sehr gut, krätsche, eine oder zwei Handeln, ich lege eine ab, beide Hände nach vorne, Ferse heben, und jetzt versuchst du zur Seite, den Impuls zu geben, zur Mitte, und zur Seite, Dynamik, Mitte und hopp, Mitte, hopp, stell dir vor, du hast einen Schläger in der Hand, und du willst einen Ball zur Seite wegschlagen, genau, nacken entspannen, noch vier Stück, vier, drei, zwei, und lösen, ein Bein dreht auf, der andere leicht nach innen, Becken parallel zu mir, großer Schritt, Hüfte schiebt nach links, Arm nach oben, und los geht's, tief und hoch, auch, Schulter locker lassen, und schnöse, auch, Noch zweimal mit der Seite, Hüfte schiebt, eins und zur Mitte kommen, auflösen, Seite wechseln, linker Fuß, beide Fersen auf einer Höhe, Becken parallel zu mir, Hüfte schiebt nach rechts, Schulter tief und los geht's. Geht noch. Noch zweimal. Letztes Mal und lösen. Zweite Hand dazu nehmen, bleib so, die Schultern tief, komm so ein Stück nach vorne und jetzt gehen die Arme von dieser Vorhalte, Schultern zurück zur Schulter und wieder tief. Noch mal hoch, kraftvoll, eindrehen, Handfläche zur Schulter, wieder parallel zueinander drehen. Bauch fest. Immer noch kraftvoll den Bizeps spüren. Sieben, sechs, fünf, vier. Vier, drei, zwei, einen und auslockern. Nach unten kommen, mit oder ohne Handeln nach vorne abstützen und jetzt gehst du mit deinem Oberkörper so ein Stück nach vorne. Du hast dein Becken, Oberkörper, Oberschenkel in einer Linie ungefähr und versuche nun einen Arm abzuheben und setz ihn wieder ab. Anderen Arm, Ellbogen zieht hoch und ab, hoch und ab. Es geht auch ohne Handeln. Körper, Körper, Mittel spüren. Deine Stützkraft. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Drei, zwei und absetzen. Und absetzen. Entspannen. Unser beliebter Seitestürz. Locker kurz aus. Komm auf die Seite. Unterschenkel zurück. Becken heben. Gefühlt den Unterarm in deine Richtung. Hoch. Wenn du möchtest, zusätzlich ein Bein strecken. Nur wenn es geht, sonst lass unten. Noch einmal. Und locker. Seitenwechsel. Super. Stützen. Unterschenkel zurück. Gefühlt ranziehen zu dir. Entweder Bein hoch oder auch nicht. Arm kommen von vorne, oben tief und hoch. Oder so. Nochmal. Drei. Zwei. Und. Ablegen. Und jetzt in die Rückenlage. Komm. Kurz entspannen. Kopf darf liegen. Du nimmst eine Hand. Vorsicht, nicht fallen lassen. Beine in den rechten Winkel. Ohne, dass du den Rücken jetzt runter drückst. Lass ihn neutral. Also nicht die Knie angezogen. Sondern Oberschenkel senkrecht. Und jetzt bewegt die Hand zurück. Und wieder nach vorne. Natürlich kannst du auch zwei Handeln nehmen. oder zwei Wasserflaschen. Ausatmen. Bauch spüren. Und wenn du möchtest, nimmst du dein Bein dazu. Das heißt, du streckst. Atmest ein. Ein. Aus. Und ein. dicken Gürtel um deine Körper, Mitte, so, Endspurt, noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einmal noch und nacheinander Füße aufstellen, Fußsohlen zusammen, Knie nach außen, entspannen, sehr fleißig, ruhig mal tief in den Bauch atmen, lass die Arme einfach entspannt neben dem Körper liegen, ein Knie zum anderen dazu, Kopf zur Gegenseite, nacheinander zur Mitte, zur anderen Seite, in den Bauch atmen, merkst du deine Arme? Ich hoffe doch! Nacheinander zur Mitte, jetzt dreh dich ganz auf eine Seite, komm rüber und über die Seite, noch mal kurz sitzen bleiben für den Kreislauf, egal wie, möglichst gemütlich, nimm den rechten Arm, die Hand zwischen die Schulterblätter und zieh mit links, tief so, dehnst du deinen Trizeps, an die andere Seite, Hand zwischen die Schulterblätter, tief ziehen, dann nochmal auflösen, lockern, eins weiter auf die Füße, aufstützen, aufrollen, lockern, jetzt nimmst du die Hände, drehst den Daumen nach innen, so dass du den Bizeps dehnst, Arme zurück, wichtig ist hier anheben, sehr gut! Dann einatmen, mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk, rechte Außenkante, rechte Außenkante kreuzt, hinter links und du ziehst die ganze Seite lang und wechseln, andere Seite, lang ziehen. Ausschütteln, gerade auch die Handgelenke, einatmen, Länge und schwer, auslocker, nochmal einatmen, Länge, streck dich, öffne deine Arme, zieh die Ellbogen zurück, ganz aufrecht, ganz stolz, einatmen und ausatmen, entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen, sehr schön! Arme trainiert man doch nicht so oft, oder? Wenn du Lust hast, Arme öfters zu trainieren, dann gib einfach in die Suchzeile von YouTube, Gabi Fastner Arme ein zum Beispiel oder Gabi Fastner Schultern oder so, dann findest du noch mehr Videos, wenn du gern mit Handeln trainierst, gib Gabi Fastner Handeln in die Suchzeile ein oder geh auf meinen Kanal, da findest du dich bestimmt auch ganz gut zurecht, das sind die Videos geordnet in den Playlists. Ansonsten abonniere meinen Kanal, falls du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, danke dir, der Link ist unter dem Video, heißt Deine Unterstützung, da kannst du mich mit monatlich 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, was du Lust hast, unterstützen oder empfehle mich weiter, leite das Video weiter, leite meinen Kanal weiter, freue mich, wenn sich ganz viele Menschen bewegen oder bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon, bis dann!